hallo meine freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video ja mein clash of clans video von neulich kam relativ gut bei euch an also es gibt tatsächlich ein paar dieses spiel spielen und dann dachte ich mir komm ich mache community clan und heute will ich mit einem neuen account start ich mache die maus noch aus dem bild so und ja würde ich sagen machen wir uns einen neuen account mit dem wir dann auch in dem clan durch starten werden das tutorial ist natürlich immer was geiles natürlich habt ihr schon auf mich gewartet ist mein ja das dorf neben ein fünftes also ich habe drei dörfer selber angefangen und zwei übernommen das heißt jetzt nummer sechs hier und den fang ich selber an das heißt es fehlt dass ich selber anfange genau also mit den kobolden ja noch ein mickiges menschlein so sieht es aus genau am anfang muss man sicher die kanone bauen ach jeder kommen da kommen gefühle hoch sage ich euch die gems sparen wir uns ja es ist ja bald rathaus 14 update und da kommt ja für neue rathäuser auch übelster boost mit diesem season pasta oder wie das ist und das kann ich dann hier auf dem account voll ausnutzen soll jetzt mit die kobolder an der kanone verrecken und ich habe jetzt auch mal am rand clash of clans banner hingestellt damit es ein bisschen cooler aussieht ich habe jetzt mein logo da erstmal weggelassen und ja falls euch wundert morgen kommt der sneak peek mit der eule bin ich mal gespannt was sie zu bedeuten hat das war überhaupt nicht knapp aber gut das dorf ist auf der kraft linie das heißt wir reparieren uns wieder natürlich und ein paar magie sind am start so jetzt können wir die kobolder angreifen genau ich glaube man muss zwei sätzen einer reicht nicht um die kanone kaputt zu kriegen ja jawohl die anderen sparen wir uns auf weil magier auf einem rathaus level zwei sind ziemlich op aber wir können gleich in den clan gehen und uns dann ein paar nette sachen spenden wir haben leider noch keinen rathaus zwölfer der belagerungsmaschinen spenden kann also wenn noch einer kommt der rathaus zwölf ist und bock hat wir brauchen dich hola wir brauchen nicht so jetzt müssen wir uns sagt doch für den kampf rüsten genau als holen wir uns erstmal den zweiten bauarbeiter genau elixiers für dingens und wir können dies aus dem boden pumpen mit einer pumpe die zehn sekunden können wir warten wann können die klanburg aufbauen ich glaube das geht gleich schon braucht man aber 10.000 gold wenn ich es noch richtig im kopf habe zumindest war das so vor eine ewigkeit so was braucht mein lager ach das tutorial ist herrlich ich hoffe das langweilt euch nicht als es euch langweilt könnt ihr skippen der clan heißt ignacia das kürzel habe ich in discord geschickt und den link zum discord findet ihr in der beschreibung unten das müssen wir so ein gold lager hinstellen rein damit wenn wir uns hier hin ja das wäre cool wenn wir hier ein paar leute zusammenkriegen und einfach ein community clan haben ich werde mit meinem main account vielleicht auch kommen ich bin mir noch nicht sicher wenn es richtig abgeht dann auf jeden fall so jetzt brauchen wir eine kaserne damit wir truppen bilden können und dann können den kobold 1 auf den döns geben so hurra jetzt truppen ausbilden machen wir erstmal ein paar barbaren ne ich werde die nicht skippen okay doch die skippe ich keinen bock zu wahren dann lass uns ein paar grüne hintern versohlen rein da in den kobold wald ähm ich setze jetzt nur barbaren keinen bock hier in magie zu wasten ich denke die kriegen das hin diese kobold maps vom anfang sind halt auch noch so simpel ach je okay perfekt schön wie sollen wir uns an dich erinnern das ist jetzt eine gute frage ein k-account habe ich schon das ist mein 13er ein loyd habe ich ein sensei wu habe ich gibt es noch ich nenne ihn zane der ice ninja falls ihn jemand kennt aber man kann den namen auch noch ändern aber ich glaube nicht dass ich das machen werde so wir können das rathaus upgraden jawohl zehn sekunden als nur zehn sekunden werden um das ding auf 14 zu machen dieser riesige pfeilung mann alter so jetzt können wir gebäude bauen jawohl challenges und quests haben wir hier drüben jawohl das ganze dorf zählt auf dich jawohl da sind wir drin erstmal den grabstein einsammeln aber wir haben volle lager okay schön so ja die season kann man noch nicht machen hier wir können oh wir können hier direkt ep mitnehmen und alles von der rathaus 13 challenge falls ich noch nicht gemacht habe machen ich probiere das ding zu trippeln und schauen wir mal was rauskommt egal ich habe den ganzen loot da kam glaube ich 300.000 raus mit meinen 2900 lagern ja gut passt rein auf jeden fall ähm level 2 jawohl easy die quest gemacht 500.000 waren es nice okay ja hier kann man direkt geld ausgeben machen natürlich nicht ähm das können wir uns bauen wir machen mal das ganze zeug hier kaserne mine machen wir jetzt erstmal das zeug das ich über nacht hier schön haben kann so jetzt können wir schauen klarenburg 5000 passt es schon mal rein ins lager nein wenn wir das verbessern passt es knapp rein okay ähm wir können es auch das rathaus verbessern geht es zwei stunden dann passt es auf jeden fall rein so jetzt ist die frage lohnt es sich hier schon zu gemmen händler ist rathaus 8 stimmt das schiff kann man aufbauen aber das mache ich jetzt erstmal nicht das lasse ich erstmal kaputt die frage lohnt sich dieses sonderangebot 4000 gems sind 500 für die nächste 1500 und 2000 es sind das ist genug für alle bauhütten komm 3 euro 50 okay ja hier kann man direkt geld ausgeben machen natürlich nicht du bist jetzt startklar hurra 3 euro 50 kommen da kann man jetzt nicht maulen ähm bauhütten zack 1000 gems ab dafür und nochmal 2000 gems und wir haben noch welche übrig ja wundervoll so 5 bauhütten mit rathaus 2 oh je und dann kommt schon die benachrichtigung von paypal ja herrlich 5 bauhütten mit rathaus 2 oh mein gott alter ähm machen wir natürlich direkt das rathaus jetzt haben wir so viel gold das heißt wir können die clanburg machen jawohl wie lange brauchen die gar nicht lang ja wir können direkt in den clan das heißt wir gehen auf community ich muss mich noch mit der supercell id verbinden ähm hier seht ihr meine anderen accounts kai ist mein hauptaccount loid ist mein zweiter account lukas ist der von einem klassenkameraden admin habe ich übernommen ama habe ich übernommen und sensei ist noch mein dritter so ich melde mich jetzt hier einmal kurz an kann ich den clan suchen ignacia mal schauen ob man den direkt findet ich ja Leute wie viele ignacia clans gibt es denn holy shit ähm hier ist sogar eine level 14 lol 2015 what the fuck wir sind alle inaktiv was für plebs ähm der hier oben ist unser ähm offizieller kai 1907 community clan bei traten so jetzt haben wir hier erstmal nochmal ein paar additions bekommen clanburg wieder gebaut jawohl und supercell id 50 gems für umme her damit ehrlich gut das heißt ich switch jetzt einmal kurz rüber zu loid zack und da bin ich nämlich der anführer und kann den hier annehmen annehmen und dann befördere ich mich direkt selber bietze sauber ich habe hier auch ihr seht es ist mein elfer ähm da kann ich auch mal videos machen zu jedem rathaus quasi eine angriffsstrategie hier habe ich sehr gerne queen charge lalo funktioniert wie eine 1 aber jetzt sind wir erstmal nochmal beim neuen account ach hammer jam ist es hier oh mein gott es ist sogar für nein was für wlan probleme verpiss dich weg mit dem wlan gut ähm jetzt haben wir noch drei bauarbeiter frei kann ich die verbessern nein erst auf rathaus 4 ok ja da würde ich sagen fragen wir direkt mal truppen an ähm ist mir relativ egal was ich brauche verstärkung dann machen wir die beiden kasernen direkt mal hoch gehen mit je eine minute easy hop ok das armeelager kostet auch elixier aber ich denke es ist so cool 9 account einfach wieder anzufangen vor allem mit 5 bauarbeiter 30 minuten 15 geht hier nichts noch ein paar sekunden die dinger hier gehen noch richtig schnell oder minute also meine freunde ich würde sagen wir haben neuen account wir haben den clan und dann ja sehen wir uns hier vielleicht im clan wäre natürlich mega cool wenn alle dazukommen und dann ja sehen wir uns im nächsten video bis dahin haut rein und ciao leute